Alkohol in großen Mengen ist immer sehr schlecht, aber Alkohol in Maßen ist auch nicht gut am Abend, weil Alkohol, da sagen Leute ja ich schlafe dann besser ein, ich schlafe besser durch, weil es ein leichtes Narkosemittel ist, aber wir brauchen für ein gesundes Gehirn in der Nacht zu anderthalb Stunden Tiefschlaf und da spielt es nicht so eine Rolle, schlafen wir sechs Stunden, sieben, acht, das ist alles sehr individuell und ich schlafe heute viel weniger als früher, aber die Tiefschlafdauer, die ist wichtig und wenn man abends Alkohol trinkt, kann die runtergehen auf zwei, drei Minuten in der Nacht, weil Alkohol eine Substanz ist, die der Körper aktiv abbaut und dafür fährt er den Sympathikus hoch und was das auch bedingt ist, wenn der Sympathikus halt leicht hochgefahren ist, ist die Körpertemperatur sinkt nicht und um in Tiefschlaf zu kommen, muss die Körpertemperatur im Vergleich zur Durchschnittstagestemperatur um 1,5 Grad sinken. Das verhindert Alkohol und der Hauptschaden durch Alkohol langfristig am Gehirn sind die mangelnden Tiefschlafphasen. Das führt dann auch zu Korsakoff-Syndrom. Das ist eigentlich eine andere Art von Alzheimer, denn nur im Tiefschlaf werden Armeidoide abgebaut.